Heute den 15.08. und wir schauen mal in eine Nachrichtenübersicht, die ich für euch zusammengestellt habe, um ein bisschen auch gestern noch abzudecken, weil gestern ist ja auch ein bisschen was passiert und heute zusammen. Nach Eilentscheidung. Nancy Faeser strebt weiter Kompaktverbot an. Vorerst darf das rechtsextreme Magazin Kompakt weiter entscheiden. Für Innenministerin Faeser ändert die Gerichtsentscheidung nichts an ihren Verbotsplänen. Der Herausgeber will aus dem Juristischen einen kommerziellen Erfolg machen. Trotz des Gerichtsentscheids zum rechtsextremen Magazin Kompakt hält Bundesinnenministerin Nancy Faeser an ihrem Verbotsplänen fest. Zitat, es ist ein ganz normaler Vorgang in einem Rechtsstreit, dass man vor Gericht mal bestätigt wird, sagt sie bei einem Termin in Berlin. Jetzt haben wir in Teilen mal verloren. Faeser hatte Kompakt und das dahinterstehende Firmengeflecht am 16. Juli verboten. Die Innenministerin begründete dies damals damit, dass das Blatt ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene sei. Das Bundesverwaltungsgericht hob das Verbot in einer Eilentscheidung am letzten Mittwoch auf. In Teilen vorläufig. Es meldet vor allem Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Verbots an. Eine endgültige Entscheidung wird im Hauptsacheverfahren fallen. Es sei gut, dass auch solche Verbote in einem Rechtsstaat gerichtlich geprüft werden können, sagte Faeser heute. Sie verwies auf Verwurzverfügung ihres Ministeriums aus der Vergangenheit, die vor Gericht Bestand hat. Die Innenministerin sieht trotz des Gerichtsentscheids keinen Anlass für eine Kurskorrektur. Zitat Sagt sie in Bezug auf Kompakt. Das Gericht habe die Rechtsauffassung des Innenministeriums sogar bestätigt, dass ein Vereinsverbot ein mögliches Instrument sei, meinte Faeser heute. Das war für uns schon mal gut. Das Bundesinnenministerium halte deshalb mit Blick auf das Hauptsacheverfahren an einer Auffassung fest. Die Ministerin betont, Zitat Mit der vorläufigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts kann das Kompakt-Magazin unter Auflagen erst wieder entscheiden. Die Augustausgabe sei vor dem Verbot in den Druck gegangen und sei fertig produziert. Die Hefte würden in Kürzen ausgeliefert, sagt der Antisemit Jürgen Elsässer. Trotz Schwierigkeiten beim Vertrieb, so hatte Ermittler im Juni auch die verbotene Kartei beschlagnahmt, rechnet Elsässer damit, dass sich die Reichweite seines Magazins und des TV-Ablegers ausweiten würde. Zitat Also um das mal ganz kurz einzuordnen, so wie das die Tagesschau hier auch schon macht. Das Eilverfahren hat bestätigt, dass Kompakt rechtsextreme Bestrebungen hat. Der Grund, warum das Eilverfahren aber erst mal gesagt hat, das kann wieder veröffentlicht werden unter Auflagen, ist, weil sie nicht die Zeit hatten, alle Vergehen zu überprüfen. Die konnten einfach nicht so schnell über alles drüber gucken, was da vorgeworfen wurde. Und deswegen wurde im Zweifel jetzt erst mal gesagt, solange das noch nicht komplett überprüft wurde, was das Hauptsacheverfahren machen soll, wird das weiter veröffentlicht werden können. Und das Problem dabei ist, dass dieses Hauptverfahren jetzt halt erst mal eine Weile dauert. Also die haben jetzt gesagt, hey, wir konnten das nicht überprüfen, wir sehen Teile, aber wir können nicht alles sehen, deswegen lassen wir es erst mal wieder zu, bis das Hauptverfahren das eindeutig geklärt hat. Das ist die Einordnung dazu. Und das wird auch passieren. Also man wird dann erwarten müssen, und das ist das, was jetzt das Innenministerium tun muss, was alle warten, müssen alles auf das Hauptverfahren warten. Und da wird dann final entschieden, ob das rechtmäßig war oder nicht. Und wie das ausgeht, das kann er sagen. Hoffentlich natürlich wird das verboten, weil alles natürlich stimmt. Das ist ein rechtsextremes Sprachrohr dieser Szene. Also gibt es ja keine Debatte drüber. Da sagt niemand, dass das nicht so ist. Im Zusammenhang der aber sehr hoch gewährten Pressefreiheit muss man da halt immer noch gucken. Also das wird jetzt dauern. Wie man die Chancen erhöht, einen Vergewaltiger zu überführen. Ja, tatsächlich, das ist die Überschrift. Viele Vergewaltigungen kommen nie vor Gericht. Direkt nach einem Übergriff gibt es aber Dinge, die Betroffene oder deren Freunde tun sollten, um später Beweise zu haben. Zitat In welcher Stellung haben Sie miteinander geschlafen? Fragt die Richterin den Angeklagten. Sie sitzt erhöht im Saal 606 des Amtsgerichts D-Garten. Zitat Haben Sie ein Kondom benutzt? Und hatten Sie einen Orgasmus? Der Angeklagte rutscht auf der Holzbank hin und her. Er sagt leise, dass er nicht verstehe, was ihm vorgeworfen werde. Er sei ganz anders gewesen, als die Frau es der Polizei gesagt habe. Die Frau, die ihn jetzt beschuldige, habe sich an ihn herangemacht. Sie habe den Sex mit ihm gewollt. Er sei davon ausgegangen, dass sie eine Constituierte sei. Es ist Donnerstag. Wie jeder andere ist es ein Verwaltigungsfall wie viele andere. Nur, dass dieser vor Gericht landet. Und das passiert in Deutschland selten. Im vergangenen Jahr meldete die Polizei in Deutschland 12.186 Verwaltigungen, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fall an die Staatsanwaltschaft. Also etwas mehr als 1.000 pro Monat. Fast alle Tatverdächtige waren Männer. Fast alle Opferfrauen. Orientiert man sich an vergangenen Jahren, kann man davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil dieser Fälle vor Gericht kommen. In den Jahren vor 2022, für die schon Statistiken vorliegen, war es etwa ein Viertel der Fälle. Bei den restlichen drei Vierteln erhob die Staatsanwaltschaft zumeist keine Anklage. Oft, weil die Beweise nicht ausreichend waren. Mitunter vergehen Jahre zwischen angezeigter Tat und Verhandlung. Zu beweisen, was vorgefallen ist, wird dann noch schwieriger. Direkt nach einer Vergangenheit aber gibt es Dinge, die Betroffene, Freunde, Kolleginnen, Familie wissen sollten, um die Aufklärung und die Strafverfolgung eines Falles wahrscheinlicher zu machen. Erste Station. Spurensichern. Wer verletzt wurde und nicht sofort zur Polizei will, kann trotzdem Spuren sichern lassen. Spuren, die schnell verschwinden, vor Gericht aber wichtig sein könnten. Bei einer sogenannten vertraulichen oder anzeigenunabhängigen Spurensicherung werden Spuren in Deutschland in der Regel mindestens 10 Jahre aufbewahrt und können so im Fall einer späteren Anzeige als Belege verwendet werden. Diese Spurensicherung ist in Krankenhäusern, Notaufnahmen oder bei Frauenärzten möglich. Besser noch geht es in Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind. Saskia Etzold hat eine solche Einrichtung, die Berliner Gewaltschutzabolanz, 10 Jahre lang geleitet. Sie hat tausende Abstrichstäbchen durch Steiden und Münder gezogen und hunderte blaue Kiefer, eingeblutete Lippen und Würgemale fotografiert. Dringt jemand mit seinen Penis in einer Vagina ein, lassen sich die DNA-Spuren bis zu 72 Stunden lang nachweisen. Dringt er in Mund oder Anus ein, ist die Zeitspanne kürzer. Zitat Viele Menschen haben noch nie von Einrichtungen wie der Berliner Gewaltschutzabolanz gehört und wissen nicht, dass sie Spuren kostenlos, vertraulich, anonym sichern lassen können. Auch wenn sie noch nicht wissen, ob sie Anzeige erstatten wollen. Andere haben praktische Probleme, etwa dass die nächste Gewaltschutzambulanz zu weit weg ist. In dem Fall sollten Betroffene trotzdem eine Notaufnahme oder einen Frauenarzt besuchen und am besten innerhalb der ersten 24 Stunden. Besteht ein Verdacht auf K.O.-Tropfen, sollte das noch schneller passieren, da sie schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar sind. Auch später ist eine Untersuchung aber noch sinnvoll, um auf Krankheiten oder Schwangerschaften zu testen. Falls der Verdacht auf eine Schwangerschaft besteht, kann sie durch die Pille danach verhindert werden. Die meisten der Frauen, die zu ihr in der Ambulanz kommen, sind nicht das erste Mal misshandelt worden, sagt Edzold. Wenn sie sich etwa um den Partner, einen Freund oder ein Date handelt, dann müssen viele erst einmal verstehen, was da gerade passiert ist. Viele kommen, nachdem sie das erste Mal gewürgt werden, das löst Todesangst aus. Vor Gericht kann aber frühzeitig dokumentierter blauer Fleck Schilderungen verifizieren. Rechtsmedizinerinnen wie Edzold können nur dokumentieren, was da ist. Zitat Mehr als die Hälfte der Verletzungen hinterlassen keine sichtbaren Verletzungen am Körper, sagt sie. Sichtbare Verletzungen entstehen in der Regel nur dann, wenn jemand Gegenwehr leistet. Und es gibt viele Gründe, das nicht zu tun. Einige davon, wer Angst um sein Leben hat, wehrt sich nicht. Wer nicht verstehen kann, was gerade passiert, wehrt sich nicht. Wer stark alkoholisiert ist oder K.O.-Tropfen bekommen hat, wehrt sich nicht. In diesem Fall muss anders belegt werden, dass etwas nicht freiwillig war. Damit ein Verletzungen beurteilt werden kann, müssen Betroffene zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Viele Betroffene haben Angst vor diesem Schritt, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt und ob sie das Geschehene in Worte fassen können. Eine Vorbereitung auf das Polizeigespräch, etwa in einer Opferberatungsstelle, kann helfen. Zum Beispiel bei Roland Weber. Der 57-Jährige ist Rechtsanwalt und Opferbeauftragter von Berlin. Weber weiß, dass die Glaubhaftigkeit der Aussagen, insbesondere der ersten Offiziellen bei der Polizei, das sein wird, was Strafverteidiger vor Gericht hinterfragen und was Richter bewerten werden. Aus guten Gründen folgt das deutsche Rechtssystem dem Grundsatz in dubio pro reo. Gibt es nicht auflösebare Zweifel und streitet der Angeklagte die Tat ab, wird im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Das heißt umgekehrt, dass die Aussage der Geschädigten so klar wie möglich und über jeden Zweifel erhaben sein muss. Immer wieder, sagt Weber, lese er in Akten der Staatsanwaltschaft, dass diese jemanden zwar glaube, eine Verurteilung mit den Angaben, die bei der Polizei gemacht wurden, aber nicht wahrscheinlich sei. Nicht immer liegt das an dem, was vorgefallen ist, sondern daran, welche Angaben bei der Polizei gemacht wurden und welche nicht. Nicht idealerweise vergegenwärtigt sich jemand, der gewaltigt wurde, noch vor der Erstanzeige ganz genau, was passiert ist, wer was gesagt hat und getan hat. Weil zu diesem Zeitpunkt direkt nach der Tat Fehler gemacht werden, stellt die Staatsanwaltschaft viele Ermittlungsverfahren ein. Zitat Staatsanwälte entscheiden auf der Grundlage der Polizeiakte, ob sie Anklage erheben oder nicht. Schätzen sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte verurteilt wird, auf über 50 Prozent ein? Klagen sie an. Schätzen sie sie geringer? Lassen sie es eher sein. Einer Frau, die eine Verwaltigung anzeigen möchte, rät Weber, zu üben, die Verwaltigung zu schildern. Vor dem Spiegel oder mit einer Freundin. Bei der Polizei später vor Gericht sei es entscheidend, die Dinge benennen zu können. Etwa Körperteile als Päsenis, Vagina oder Anus und sich Handlungen und Abläufe möglichst genau zu erinnern. Es helfe, die Gedanken vorher zu sortieren und aufzuschreiben. Die Notizen könne man zur Polizei mitnehmen. Es gibt kaum Fälle im Sozialbereich, in denen sich eine Frau fragen müsste, ob etwas strafbar ist, sagte Weber. Der Graubereich sei viel kleiner geworden. Auch unerwünschte Berührungen fehlen etwa unter den Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Verwaltigung und sexuelle Nötigung fallen unter § 177 StGB. Der bestraft, wenn jemand nicht einvernehmlich sexuelle Handlungen an jemand anderen vornimmt. Also etwa mit einem Körperteil oder Gegenstand, Originalabteil oder Oral. Etwas, das Menschen miteinander tun und schön finden, ist strafbar, wenn es gegen den Willen einer Person ist. Seit 2016 gilt in Deutschland der Satz, Nein heißt Nein. Jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen eines anderen ist potenziell strafbar. Auch dann, wenn sich jemand nicht aktiv gewährt oder keinen körperlichen Widerstand geleistet hat. Ein ausgesprochenes Nein reicht aus, um eine sexuelle Handlung dem Gesetz nach strafbar werden zu lassen. Wenn eine andere Person danach weitermacht. Insofern ist es für Betroffene wichtig, sich zu erinnern, ob und wann auf welche Art und Weise sie ihren Willen geäußert haben. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass das Dunkelfeld der nicht angezeigten Gewaltigung groß ist. Laut dem Bundesfamilienministerium wird jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und sexualisierter Gewalt. Die Polizei aber erfährt bei sexuellem Missbrauch und Gewaltigung nur von etwa jedem zehnten Fall. Denise Rintisch ist Kriminalhauptkommissarin und stellvertretende Leiterin des LKA 134 in Berlin, das für Sexualdelikte zuständig ist. Im vergangenen Jahr hat die 37-Jährige in zahlreichen Fällen ermittelt. Wer nach einem Übergriff bei jemandem wie Rintisch landet, hat Glück. Denn bei der Erstaussage kommt es nicht nur auf die Befragten an, sondern auch auf die Befragenden. Bestenfalls wissen sie, wie man potenziell traumatisierte Menschen vernimmt, welche Informationen es unbedingt braucht und welche Fragen zu Missverständnissen führen. Liegt eine Tat schon länger zurück, können also akut auch keine Spuren mehr gesichert oder Zeugen direkt kontaktiert werden. Dann rät Kommissarin Rintisch, Anzeige im Internet zu erstatten. So könnten Betroffene in Ruhe schildern, woran sie sich erinnern. Sie werden dann von der richtigen Dienststelle zur Vernehmung geladen. Wählt man dann gegen 110, dann erreicht man Menschen, die auch den Verkehr regeln oder das erste Mal nach einem Mord am Tatort sind. Geht man auf die nächste Polizeiwache, wird man von der Person befragt, die gerade im Dienst ist. Das Wichtigste sei, die geschädigte Person zunächst erzählen zu lassen und dann erst Nachfragen zu stellen, sagt Rintisch. Viele erzählen detailliert von dem Tag der Verkaufung, aber wenn es um die aktuelle Handlung geht, wird die kurz abgehandelt. Rintisch fragt dann nach, offen ohne eine Antwortmöglichkeit zu suggerieren. Bei der Frage, wie sich jemand gewährt habe, klinge etwa mit, dass ich die Person doch sicherlich körperlich oder verbal gewährt habe. So etwas könne zu einer fragwürdigen Antwort führen. Wie haben sie sich verhalten, sei die bessere Frage. Auch Betroffene können auf die Fragen achten und sie gegebenenfalls korrigieren. Audio- oder Videoaufnahmen der Vernehmung belegen nicht nur, was jemand geantwortet hat, sondern auch auf welche Frage, sagte Rintisch. Das kann vor Gericht entscheidend sein. Rintisch hält es deshalb für wichtig, das Gespräch aufzuzeichnen, am besten auf Video. Das ist aber auf den meisten deutschen Polizeistationen nicht üblich. Nicht alle haben die Ausstattung dafür und eine Audioaufnahme zu verschriftlichen. Vernehmung kostet Zeit und Personal. Software hilft nur bedingt, denn auch Transkripte müssen korrigiert, gekürzt und gelesen werden. Aussageprotokolle werden von dem vernehmenden Polizisten immer noch oft handschriftlich erstellt. Oder es gibt eine Schreibkraft, die mittippt. Danach muss der Anzeigende gegenlesen und unterschreiben. Zeigt man an, dass einem jemand auf der Stoßstange gefahren ist, ist das hinnehmbar. Will man eine Verhaltigung anzeigen, ist das eine hohe Anforderung, auf die sollte sich Anzeigenden vorbereiten. Ebenso sollten sich Betroffene von Nachfragen nicht irritieren lassen. Rintisch etwa erkundigt sich auch nach der Kleidung, die jemand getragen hat. Nicht, weil sie wissen will, ob der Rock kurz war, sondern weil sie wissen will, wo sich potenzielle DNA-Spuren eines Täters befinden könnten. Die Frage, ob jemand Alkohol oder Drogen konsumiert hat, ist wichtig, um zu wissen, ob jemand nicht zum Widerstand fähig war. Denn dann muss kein Nein nachgewiesen werden, da die betroffene Person nicht in der Lage war, sich zu wehren oder zu widersprechen. Eine Vernehmung kann mehrere Stunden dauern. Als Polizistin wollen wir nicht, dass die Person sich nach der Befragung schlecht fühlt, sagt Rintisch. Es sei möglich, Pausen zu machen oder eine vertraute Person mitzubringen. Eine Frau, die ihren Verkauf bei der Polizei anzeigt, muss vor Gericht aussagen. Wenn ihr Fall dort verhandelt wird. Denn sexuelle Nötigungen und Verkästigungen gehören zu den Verbrechen, die die Ermittlungsbehörden in Deutschland verfolgen müssen. Aus der Geschädigten die Anzeige erstattet, wird dann eine Zeugin in einem Prozess, den der Staat führt und in dem sie potenziell neben ihren Vergewaltungen sitzen kann. Teda Genicke kennt die Abläufe. Sie ist Rechtsanwältin und Nebenklägervertreterin in Berlin. Vor Gericht vertritt sie Menschen, die Opfer eines Wahldelikts geworden sind, wenn diese beantragen, nicht nur als Zeuge am Prozess teilzunehmen, sondern als Nebenklägerin. Auf die Frage, wem sie eine Anzeige empfehlen würde, zögerte sie, Zitat, Die Geschädigte muss sich bewusst sein, dass sie als gesamte Person durchleuchtet werden wird, sagt sie. Zitat, Für Betroffene könne das schrecklich sein. Aber eine Anzeige sei auch derzeit der einzig mögliche Schritt, um das Unrecht aufzuklären, den Täter zu bestrafen und ihn bestenfalls an weiteren potenziellen Taten zu hindern. So alldelikte werden in der Regel von dem Schöffengericht oder den Landgerichten verhandelt. Es gibt also mehrere Richter und Richterinnen und Schöffen, die vorne erhöht sitzen. In manchen Fällen ist es auf Antrag möglich, dass die Betroffene bei ihrer Aussage nicht im selben Raum sitzen muss wie der Angeklagte. Gerichte bewilligen das insbesondere, wenn sie der Ansicht sind, dass eine direkte Konfrontation eine uns zumutbare Belastung wäre. Bei öffentlichen Verhandlungen kann eine vertraute Person mit im Gerichtssaal sein. Betroffene können außerdem eine psychosoziale Prozessbegleitung beantragen. Eine Person also, die im Strafverfahren unterstützt und bei Vernehmungen dabei ist. Wird die psychosoziale Prozessbegleitung vom Gericht bestätigt, ist sie kostenlos. Andernfalls können Betroffene sie selbst bezahlen. In Berlin wurden etwa drei Prozent der Angezeigten in Sexualdelikten verurteilt, sagt Genicke. Und bezieht sich auf ein Interview mit der Strafrechtsanwältin Christina Glem. Es sei auffällig, wie hoch die Einstellungsquote der Staatsanwaltschaft sei. In wie vielen Verfahren es also gar nicht erst zur Anklage komme. Umgekehrt bedeutet das aber auch, kommt ein Fall vor Gericht, hält die Staatsanwaltschaft nach Zusammentragen aller Beweise seine Vorurteilung des Beschuldigten für wahrscheinlicher als ein Freispruch. Betroffene sollten sich darauf konzentrieren, das Erlebte so zu schildern, wie sie es vorher geschildert haben und dabei so authentisch wie möglich zu sein. Manche weinen, andere sprechen sachlich und ruhig. Zitat, eine richtige Reaktion der betroffenen Zeugen gibt es nicht, sagt Genicke. Auch sie betont, wie wichtig es sei und es ist, konkret zu benennen, was passiert ist. Zitat, dann hatten wir es. Sei nicht ausreichend, denn unterwegs verstehe jeder etwas anderes. Zitat, der Täter ist mit dem Mittelfinger in der rechten Hand in die Hände eingedrungen, seine linke Hand lag auf der Brust. Aus Sicht der Ermittlungsbehörden könne eine Aussage nicht zu detailliert sein. Und wird etwa eine Vertrauensperson als Zeugin vor Gericht geladen, dann ist es wichtig, dass die Person das, was vorgefallen ist, so verstanden hat, wie die Geschädigte es gemeint hat. Zitat, denn jeder scheinbare Widerspruch geht zulasten der Glaubhaftigkeit der Geschädigten. Die Rechtsanwältin rät deshalb also schon vorher, nicht nur bei Gesprächen mit Ärzten und Polizisten, sondern sogar bei Gesprächen mit einer Freundin, der Mutter, dem Freund zu versichern, dass die andere Person das Gesagte richtig verstanden hat. Denen, die nicht zur Polizei wollen und keine Gewaltschutzambulanz in der Nähe haben, rät sie, nach der Tat selbst Spuren zu sichern, Verletzungen, zerbrochene Gegenstände zu fotografieren, rechtssichere Screenshots von Nachrichten auf dem Handy zu machen, ein Gestächtnisprotokoll mit Datum zu schreiben, weitere Erinnerungen mit dem jeweils aktuellen Datum hinzuzufügen. Zitat, legen Sie das nach ganz hinten im Schrank, schließen Sie es in eine Schublade ein, aber werfen Sie diese Dinge nicht weg, sagt sie. Auch die getragene Unterwäsche, Bettwäsche oder Kissen ließen sich in einer Tüte aufbewahren. Ihre Erfahrung nach erfolgt ein Freispruch in der Regel aus Mangel an Beweisen. Das Gericht kann dann nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen, was vorgefallen ist. Von Verletzungsopfern, die wollen, dass ein Täter bestraft wird und deshalb Anzeige erstatten, wird viel verlangt. Das Verfahren vor Gericht dreht sich zu einem großen Teil um ihre Aussagen und ihre Glaubhaftigkeit. Zitat, würde mich meine beste Freundin fragen, ob sie ihren Vergnügen anzeigen soll, dann würde ich ihr genau erklären, wie die Vernehmung verläuft und was vor Gericht passiert, sagt etwa Kriminalhauptkommissarin Rintisch. Zitat, und sie dann fragen, könntest du das auch sagen, wenn er im selben Gerichtssaal sitzt? Und könntest du das auch? Und möchtest du das auch? Zitat Ende. Von den Fällen, die vor Gericht landen, endet ein signifikanter Teil mit einem Freispruch des Angeklagten. Oft ist das so, weil die Tat nicht bewiesen werden kann, weil Aussage gegen Aussage steht. Nicht, weil die Unschuld des Täters erwiesen ist. Auch das Verfahren, das an einem Donnerstag im Saal 606 des Amtsgerichts Tiergarten begann, endet in einem Freispruch. Auf Anfrage von Zeit teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, Zitat, Es gab den Freispruch aus tatsächlichen Gründen, was bedeutet, dass dem Beschuldigten die Tat nicht nachgewiesen werden konnte. Das System, also dieser Artikel ist so wichtig, weil er im Einzelnen detailliert klarstellt, was die Hürden sind und welchen Problemen und zukünftigen Belastungen man sich stellen muss, wenn man solche Taten anzeigt. Und es macht einem klar, dass es gar nicht so einfach ist, die Beschuldigten einer gerechten Strafe und Verurteilung zuzuführen, wenn man die Quoten kennt, wenn man die Geschichten der Experten kennt und die Geschichten der Betroffenen. Umso wichtiger ist es, darauf aufmerksam zu machen, auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist, wie der Prozess transparent abläuft und was man tun kann. Auch wenn es so erscheint, dass das, was man tun kann, im Zusammenhang einer kriminalistischen Ausbildung gehört. Aussagen vorbereiten, Gedächtnisprotokolle schreiben, Beweise selber sichern. Das sind irre Abläufe, die von traumatisierten Personen dann noch erwartet werden. Verrückt. Ob ich euch den Artikel verlinke oder nicht, spielt keine Rolle, denn der ist hinter einer Paywall, deswegen habe ich ihn vorgelesen. Wie es zum Sabotagealarm kam. Ihr habt das vielleicht gestern schon mitbekommen. Gibt es heute nochmal einen zusammenfassenden Artikel, dass es bei der Bundeswehr eine Sabotageverwarnung gab und dass der Sicherheitsstandard erhöht wurde oder dass es eine Alarmreaktion gab und hier ist ein Artikel dazu. Für Minister Pistorius sind die Vorfälle an den Kasernen in Köln und Geilenkirchen ein Warnsignal, auch wenn es bisher keine Belege für eine Wasservergiftung oder eine russische Spur gibt. Am Mittwoch, dem Tag der Abriegelung der Luftwaffenkasernen Köln-Wahn, hat Oberstleutnant Ulrich von Robert den undankbarsten Job. Vor dem Zaun versuchte er unermüdlich, den Journalisten zu erklären, was schwer zu erklären war. Weil das Lagebild zunächst so diffus war. Der Sabotagealarm an diesem Standort mit seinen 4000 Soldaten und 1500 Zivilbeschäftigten warf viele Fragen auf. Auch zur Sicherheit und zum Schutz gegen hybride Attacken. Mittlerweile haben sich einige Befürchtungen nicht bewahrheitet. Und konkrete Hinweise auf eine russische Spur gibt es auch nicht. Im besten Fall war es ein heilsamer Schock. Stundenlang war die Kaserne abgeriegelt gewesen. Kein Soldat durfte rein, keiner raus. Und parallele Vorkommnisse am NATO-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen heizten auch innerhalb der Bundeswehr die Spekulation an. Doch der Reihe nach. Zunächst wurde in der Nacht zu Mittwoch am Standort Köln-Wahn eine unbekannte Person in der Nähe der Trinkwasseranlage gesichtet. Im Zaun der Kaserne wurde zudem ein Loch entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die oder der Täter noch auf dem Gelände der Kaserne befindet, wurde es gesperrt. Oberstleutnant von Robert sprach vor Ort, zudem von abnormen Wasserwerten. Dass sich zudem mindestens ein Mitglied der Bundeswehr-eigenen Feuerwehr mit Magen- und Darmproblemen meldete, verstärkte den Verdacht, dass es eine Attacke auf das Wasserpumpwerk mit einer Kontaminierung des Trinkwassers gegeben haben könnte. Doch hier hat sich herausgestellt, dass die Beschwerden schon vor dem nächtlichen Vorfall aufgetreten waren. Es wurden Wasserproben genommen, die auf mögliche Giftstoffe untersucht werden. Diese Laborergebnisse sollen bis Freitag Mittag vorliegen. Bis dahin bleibt die Trinkwasserversorgung in der Kaserne unterbrochen. Trinkwasser gibt es nur aus Kanistern. Die Kaserne wurde Mittwoch Nachmittag wieder geöffnet. Neben der Polizei waren der Staatsschutz, Feldjäger und die Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr an den Ermittlungen beteiligt. Die Beweisaufnahme ist inzwischen abgeschlossen. An dem Standort sind unter anderem Teile des Kommandos, Luftwaffe und das Luftfahrtamt der Bundeswehr und das Zentrum Luft- und Raumfahrtmedizin untergebracht. Im angrenzenden militärischen Teil am Flughafen Köln-Bonn ist die Flugbereitschaft mit dem Großteil der Regierungsflieger angesiedelt. Parallel zu den Ereignissen in Köln kam es auch zu Ermittlungen und einem Einsatz von ABC-Kräften am Anato-Stützpunkt Geilenkirchen, wo unter anderem AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert sind. Auslöser hier war die Sichtung einer unbekannten Person auf Überwachungskameras. Es gab allerdings keine Einbruchsspur. Dem wurde zunächst keine alarmierende Bedeutung beigemessen, erst als die Nachricht aus Köln kam. Alle Gebäuden wurden durchsucht und ABC-Kräfte untersuchten auch hier das Trinkwasser, stellten aber keine auffälligen Befunde fest. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Lage am Standort Köln. Dieser Target zeigt auch kommunikativen Defizite von Bundeswehr- und Verteidigungsministerium. Es gibt hier fast schon eine eigene Armee an Presseoffizieren und am Mittwoch gleich fünf Stellen, die irgendwie für die Kommunikationsstelle zuständig waren. Aber keine zentrale Informationsstelle. Das Ministerium, das Territoriale Führungskommando, das Landeskommando NRW, die Luftwaffe und schließlich noch die NATO. Und so kam es zu widersprüchlichen Angaben. Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos sagte der Süddeutschen Zeitung zunächst, er könne bestätigen, dass auch die Kaserne in Geilenkirchen abgeriegelt worden sei. Später hieß es von Seiten des Verteidigungsministeriums, es habe keine strikte Abregelung wie in Köln waren, gegeben, sondern eine Verschärfung aller Ausgang- und Zugangskontrollen. Ein NATO-Sprecher ergänzte am Donnerstag die Maßnahmen, seien Mittwochnachmittag auch hier wieder aufgehoben worden. Die Militärpolizei habe jedoch die Identität der gesichteten Person bisher nicht feststellen können. Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht die Vorfälle als Beleg für die Bedeutung erhöhter Wachsamkeit. Wir haben an beiden Orten schnell reagiert, Zugänge gesperrt, Kontrollen verschärft, Ermittlungsbehörden eingeschaltet und Laboruntersuchungen veranlasst. Die Vorfälle zeigen, dass wir weiterhin wachsam bleiben müssen. Selbstverständlich überprüfen wir auch nach diesen Vorfällen unsere Absicherungspläne und passen diese bei Bedarf an. Dies ist bereits in Auftrag gegeben. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nehmen Sabotage- und Spionageversuche zu. Neben der Unterstützung der Ukraine mit Waffen werden in Deutschland pro Jahr auch bis zu 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Ein Drehkreuz für Ein- und Ausreise ist dabei auch der militärische Teil des Flughafens Köln. Der CDU-Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte der Süddeutschen Zeitung, die NATO- und Sicherheitsexperten würden schon lange vor Sabotageaktionen warnen, gerade gegen Militäreinrichtungen in Deutschland. Zitat, Russland führt bereits einen hybriden Krieg gegen uns. Für besseren Sabotageschutz sei eine signifikante Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Bundeswehr in allen Dimensionen und der Verstärkung der NATO-Abschreckung notwendig. Also hier ein Artikel, der das Ganze so ein bisschen neutraler und ein bisschen beobachtender einschätzt. Es gab also diesen Vorfall, das wurde entdeckt, es gab Alarm, es wurde untersucht, bis jetzt nichts gefunden. Die Laborergebnisse für die Untersuchung des Wassers sind am Freitagmittag zu erwarten. Aber das ist erstmal hier der Artikel aus der Süddeutschen Zeitung dazu. Der Alltag in Afghanistan gilt wieder als sicherer. Die Menschenrechtslage hingegen hat sich laut Hilfsorganisationen seit der Machtübernahme der Taliban extrem verschlechert. Vor allem für Frauen und Mädchen. Ich glaube, wir nähern uns dem Jahrestag des Rückzugs von Afghanistan. Ich weiß nicht, ob er heute ist oder war. Ich weiß nur, dass er so langsam kommt. Das ist der Zeitpunkt vor drei Jahren, wo die Vereinigten Staaten sich aus Afghanistan komplett in einer Blitzaktion zurückgezogen haben. Bin nicht ganz sicher, ob das auf den Tag heute ist, aber es gibt einen Artikel dazu aus der Tagesschau. Weiter heißt es hier, Die 15-jährige Hira Masomi steht am Spülbecken in der Küche ihres Elternhauses in Kabul. Sie wäscht einen bunten, bemalten Teller ab. Seit sie nicht mehr zur Schule gehen darf, ist das ihr Alltag. Haushalt. Zitat, früher als ich noch zur Schule gegangen bin, hatte ich Klassenkameraden und Freunde. Jetzt habe ich nur noch Finsternis in meinem Leben, sagt sie. Zitat, es geht mir nicht nur um mich. Allen afghanischen Mädchen geht es so. Wenn ein Mädchen nicht gebildet ist, wie soll sie später mal ihre Kinder erziehen? Jetzt werden alle Mädchen Analphabetinnen sein, die keine Zukunft vor sich haben. Seit die Taliban vor drei Jahren wieder an die Macht kamen, dürfen Mädchen in Afghanistan nur noch bis zu einschließlich der sechsten Klasse in die Schule. Ausbildung, Uni, eine Karriere bleibt ihnen verwehrt. Im Interview mit ARD behaupten Taliban-Sprecher Molvi Hamdula Fetra hingegen, Frauen dürften schon vieles. Sie hätten Rechte, Zitat, sie können Besitztümer erben, niemand kann sie zur Ehe zwingen und Witwen können selbst entscheiden, ob sie wieder heiraten möchten. Hilfsorganisationen wie Human Rights Watch warnen immer wieder, dass sich die Menschenrechtslage in Afghanistan vor allem für Frauen und Mädchen sowie für Angehörige von Minderheiten extrem verschlechtert hat. Die allgemeine Sicherheitslage auch auf den Straßen von Kabul hat sich unter den vergangenen drei Jahren dagegen verbessert. Viele Menschen sind unterwegs. Es ist ein Alltag ohne Krieg. Für Eleonore Saino, die bis vor drei Jahren das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul geleitet hat, steht Afghanistan jetzt vor enormen Herausforderungen. Zitat, die Taliban versuchen natürlich noch international, um Unterstützung und die diplomatische Anerkennung zu werben. Aber sie müssten sich der Tatsache stellen, was passiert, wenn sie der jungen Bevölkerung keine Perspektive bieten. Und vor allem auch Bildung, worauf ja die Entwicklung eines Landes aufbaut. Gingen die Taliban dies nicht an, werden sie auch in Zukunft einen Unmut der Bevölkerung haben, dem sie sich stellen müssen. Auch dem Unmut von Mädchen, wie Hira. Sie ist wütend und traurig zugleich. Zitat, ich wünschte, ich wäre ein Junge, denn dann könnte ich studieren, zur Schule gehen und Universitäten besuchen. Aber für uns Mädchen sind alle Türen verschlossen. Ja, manchmal wünschte sie, sie wäre ein Junge, so Hira. Denn, Zitat, dann gäbe es nicht so viele Einschränkungen und ich wäre frei. Jungen leben nicht wie in einem Käfig wie wir. Sie sind nicht zu Hause eingesperrt. Sie können überall hingehen, wo sie wollen. Und sie können zur Schule gehen. Hiras Traum war es, einmal Ingenieurin zu werden. Sie träumt weiter. Drei Jahre nach dem Rückzug der Besatzungstruppen Amerikas in Afghanistan und dem sprunghaften Zurück-an-die-Macht-Kommen der Taliban sind die Umstände für Frauen in Afghanistan deutlich schlimmer geworden. Wir haben von Dingen gehört, erstmal natürlich, dass sie nicht mehr arbeiten gehen konnten, dass die Bildung verwehrt wurde, also bis zur sechsten Klasse und dann verwehrt, dass sie Schönheitssalons geschlossen haben und dass jetzt halt eine triste Perspektive in Aussicht steht. Das ist übrigens das Afghanistan, in das man abschieben will. Toll. Russlands Nachbarn wenden sich ab. Armenien sieht sich von seiner Schutzmacht Russland verraten und findet neue Partner in der EU und den USA. Wenn es auch dauern wird, unabhängig von Russland zu werden, so fordert Armenien zumindest eins Respekt. Zum Abschied halte die russische Nationalhymne durch das Gebäude des Flughafens von Jerewan. Gefolgt von der armenischen Hymne. Nach einer protokollarischen Übergabe an ihre armenischen Kollegen marschierten Dutzende russische Grenzschützer mit der weiß-blau-roten Nationalflage voran aus dem Flughafen hinaus. Diese Zeremonie beendete nach fast 32 Jahren die Präsenz der russischen Grenzschützer an einzig internationalen Flughafen Armeniens. Vertraglich vereinbart stellt Russland neben etwa 4.500 Grenzschützern auch Soldaten in etwa der gleichen Zahl zum Schutz Armeniens. Im Abzug vom Flughafen sieht die armenische Regierung einen ersten Schritt der Loslösung. Durchgesetzt hatte ihn Premier Nikol Pashinjan im Mai bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin. Russland hielt sich auch an eine zweite Absprache. Deren Grenzschützer zogen ebenfalls von der Grenze Armeniens zu Aserbaidschan ab. Dort hatten sie 2020 eine Reihe von Posten errichtet. In diesen Grenzregionen ist inzwischen auch ein Helikopterflugplatz geräumt worden. Er diente Russland zur Versorgung seiner Friedenstruppen. Deren Aufgabe war der Schutz der mehr als 100.000 Armenier in Bergkarabach, der von Aserbaidschan abtrünnigen Konfliktregion. Doch flohen die Armenier im September 2023 vor einem Antiterroreinsatz der aserbaidschanischen Streitkräfte, der zur Einnahme des Gebietes führte. Berichte Geflohene lassen darauf schließen, dass die russischen Soldaten die Entwafflung und Evakuierung der Armenier unterstützten und sich damit ihrer Schutzaufgabe ein Stück weit selbst entledigen. Deshalb führen viele Armenier den Verlust Bergkarabachs nicht allein auf das Versagen der eigenen Streitkräfte zurück. Sie fühlen sich von Russland verraten, dass im Gegner Aserbaidschan den wichtigen wirtschaftlichen und strategischen Partner sieht. Dabei geht es nicht nur um Bergkarabach, das innerhalb der internationalen anerkannten Grenzen Aserbaidschans liegt. Es geht darüber hinaus um das Territorium Armeniens selbst. Aserbaidschanische Truppen drangen 2021 und 2022 mehrfach ein. Sie halten bis heute strategisch wichtige Höhen auf armenischer Seite der gemeinsamen Grenze besetzt. Diese Verletzung der territorialen Integrität Armeniens verpflichtet die Schutzmacht Russland und das von ihr angeführte Verteidigungsbündnis OVKS dazu auf Seiten Armeniens aktiv zu werden. Doch nichts dergleichen geschah. Armenien beklagt sich, dass die OVKS nicht einmal eine Resolution gegen Aserbaidschan verabschiedet hat. Erst als die armenische Regierung im Herbst 2022 bei der EU anfragte, bot die OVKS ihrerseits eine Erkundungsmission an. Doch Armenien entschied sich für eine Beobachtermission der EU. Seit der unbewaffnete EU-Beobachter an der Grenze zu Aserbaidschan patrouillieren, gab es keine militärischen Auseinandersetzungen vergleichbar mit jenen von 2021 und 2022 mehr. Die Mitgliedschaft in der OVKS froh Armenien derweil ein. Es zahlt keine Mitgliedsbeiträge mehr, nimmt nicht an Bündnistreffen und Militärübungen teil. Stattdessen sucht sich Armenien neue Partner. Es kauft Militärgüter von Frankreich, Indien und Tschechien. Bereits zum zweiten Mal fand im Juli mit US-Militär die Übung Eagle Partner statt. Als Ziele nannte das US-Kommando für Europa und Afrika unter anderem für gemeinsame Friedenseinsätze zu trainieren und sich mit der Ausrüstung des jeweiligen Anderes zu vertraut zu machen. Von der EU her erhält Armenien 10 Millionen Euro für seine Streitkräfte. Neben einem Resilienz- und Wachstumspaket in Höhe von 270 Millionen Euro verhandelt werden nun Visa-Liberalisierung für den Schengen-Raum und weitere Schritte der Annäherung. Kurzzeitig erwog die Regierung in Jerewan schon ein Referendum über die Aufnahme in die Union. Nicht, dass in Armenien zukünftig auch unmarkierte Besatzungstruppen, die sehr viel Russisch sprechen, Teile des Landes besetzen. Russland, das politisch und militärisch in die Ukraine gebunden ist, reagiert auf all dies mit Bedauern, Warnungen und Drohungen. Es nutzt bislang aber keins der Instrumente, die in Armenien gefürchtet werden. Ein bedeutender Hebel ist der Preis, den Russland für eine exklusive Lieferung von Gas verlangt. Daneben ist Russland der wichtigste Absatzmarkt für armenische Produkte und trotz Auswanderungswelle infolge des Ukraine-Krieges weiter ein bedeutender Arbeitsmarkt für Armenier. Von den Überweisungen sind noch immer viele Familien in der Heimat abhängig. Die enge wirtschaftliche Verflechtung zeigt sich auch in der Mitgliedschaft Armeniens in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Eine Herauslösung aus dem durch eine Zollunion verbundenen Binnenmarkt der fünf Mitgliedsstaaten, neben Russland und Armenien sind es Belarus, Kasachstan und Kirgizistan, wäre langwierig und wirtschaftlich nachteilig für Armenien. Ein Verlassen der Eurasischen Wirtschaftsunion wird denn auch nicht diskutiert. Angekündigt hat Premier Pashinyan hingegen den Austritt aus dem Militärbündnis OVKS. Allerdings nannte er dafür kein Datum, wie Schritte bei genauen Hinsehen noch viel Rhetorik und wenig Konsequenz zu erkennen sind. Klar ist, dass sich Armenien nur langfristig von Russland lösen und hier und da Schwächen Russlands ausnutzen kann. Insofern zielten Maßnahmen wie die Übungen mit der US-Militär zunächst einmal darauf ab, Russland mehr Respekt abzuringen, sagt der Sicherheitsexperte Richard Grigazion, Direktor des Zentrums für regionale Studien in Jerewan. So mussten die russischen Grenzschützer während ihrer letzten Stunden am Flughafen von Jerewan mit Ansehen, wie US-Soldaten abgefertigt wurden, die in den Tagen zuvor mit armenischen Streitkräften trainiert hatten. Well, der geografische Standort von Armenien wird die ganze Sache nicht leichter machen. Kim.com soll in die USA ausgeliefert werden. Kim.com war einst ein schillernder Internetstar. Nun soll der Deutsche nach jahrelangem Rechtsstreit von Neuseeland an die USA ausgeliefert werden. Dort wird Mega-Upload als größter Fall von Urheberrechtsverletzungen der Geschichte eingestuft. Nach zwölfjährigem Rechtsstreit wird der Internetunternehmer Kim.com, der sich im Zusammenhang mit der nicht mehr existierenden File-Sharing-Webseite Mega-Upload vor Gericht verantworten muss, von Neuseeland an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Der neuseeländische Justizminister Paul Goldsmith habe einen entsprechenden Beschluss unterzeichnet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und zitiert einen Sprecher des Justizministeriums. Ich habe alle Informationen sorgfältig geprüft und entschieden, dass Herr.com an die USA ausgeliefert werden sollte, um sich vor Gericht zu verantworten. So lautet Goldsmiths Erklärung. Zitat, Wie üblich habe ich Herr.com eine kurze Zeitspanne eingeräumt, um meine Entscheidung zu überdenken und sich beraten zu lassen. Ich werde mich daher zu diesem Zeitpunkt nicht weiter äußern. Am Dienstag hatte Dotcom in einem Beitrag der sozialen Medienplattform, ehemals Twitter, mitgeteilt, Zitat, Die gehorsame US-Kolonie im Südpazifik hat gerade beschlossen, mich für das auszuliefern, was Nutzer auf Mega-Upload hochgeladen haben. Das dürfte eine Anspielung auf die Auslieferungsanordnung sein. Außerdem schrieb er weiter, dass er einen Plan habe. Zitat, Ich liebe Neuseeland, ich werde nicht gehen, heißt es in einem weiteren Post, den er mit einem Kuss-Smiley versah. Kim.com wurde 1974 als Kim Schmitz in Kiel geboren und hat seinen Wohnsitz seit 2010 in Neuseeland. Bei den Vorwürfen gegen ihn geht es unter anderem um die frühere File-Sharing-Webseite Mega-Upload. Auf der Plattform konnten Daten aller Art hochgeladen und von anderen Nutzern abgerufen werden. Das Unternehmen finanzierte sich durch Werbung und kostenpflichtige Zugänge für Abonnentinnen und Abonnenten. Die US-Behörden werfen Dotcom unter anderem massive Urheberrechtsverletzungen, Betrug und Geldwäsche vor. Das FBI stuf die Aktivitäten von Mega-Upload gar als größten Fall von Urheberrechtsverletzungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein. Der mittlerweile 50-Jährige und weitere Führungskräfte sollen zahlende Nutzerinnen und Nutzer dazu ermutigt haben, urheberrechtlich geschütztes Material von Filmstudios und Plattenfirmen zu speichern und weiterzugeben. Nach Auffassung des US-Justizministeriums diente die Seite also ausdrücklich als Tauschbörse für urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Fernsehserien und andere Dateien. Der Schaden belief sich in den Angaben zufolge auf mehr als 500 Millionen Dollar. Die Einnahmen von Mega-Upload, zeitweise eine der beliebtesten Webseiten weltweit, sollen über 175 Millionen Dollar liegen. Dotcom wies die Vorwürfe zurück. Auch der Marketing-Chef des Unternehmens, Finn Batato, und der technische Leiter und Mitbegründer Matthias Ortmann, beide aus Deutschland, sowie ein dritter leitender Angestellter, waren 2012 verhaftet worden. Ortmann und der Niederländer Brahmen von der Kolb ließen sich jedoch auf ein Gerichtsverfahren in Neuseeland ein und entgingen so der Auslieferung. Sie bekannten sich schuldig und wurden 2023 zu Haftstafen von mehr als zwei Jahren verurteilt. Batato starb ein Jahr zuvor. Dotcom machte sich in den 90er Jahren unter dem Pseudonym Kimble als Hacker-Einnahmen und umgab sich später als Unternehmer mit Prominenten wie Rappern und Models. Er inszenierte sich mit teuren Yachten, Sportwagen und Luxusanwesen und stellte sein Reichtum auf dem YouTube-Kanal zur Schau. Damit zählt er zu den auffälligsten Figuren der Internetszene. Erst Jahre später wurde bekannt, dass Dotcom der Besitzer von Mega-Upload war und die Plattform 2005 mitgegründet hatte. Im Januar 2012 schalteten die US-Behörden Mega-Upload schließlich ab und ordneten eine Razzia. Daraufhin hatten neuseeländische Polizisten sein Anwesen in Auckland durchsucht, sein Vermögen eingefroren und Kunstwerke sowie mehrere Luxusautnuss beschlagnahmt. Dotcom wurde vorübergehend festgenommen. Seitdem wehrte er sich rechtlich gegen eine Auslieferung in die USA. Schon im Februar 2017 hatte ein neuseeländisches Gericht entschieden, dass Dotcom in die USA ausgeliefert werden darf. Trotz der Bestätigung von zwei weiteren Gerichtshöfen wehrte sich Dotcom erfolgreich gegen Rechtsfehlern von den obersten Gerichtshofen. Viele Vorwürfe stellten sich später als haltlos heraus. Die Polizeirazzia wurde für rechtswidrig erklärt. John Key, der neuseeländische Premierminister, musste sich später sogar öffentlich bei dem Deutschen entschuldigen, weil man illegal abgehört und seinen Rechner überwacht hatte. Also wir haben es hier sicherlich nicht mit Julian Assange zu tun, der ein Apache-Helikopter-Video hochgeladen hat, um die Kriegsverbrechen der Amerikaner darzustellen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass ich es geil finde, dass selbst Abschaum wie Kim Dotcom, und das kann man ja anhand der Tatsache sehen, was der so denkt, in die USA ausgeliefert wird, aufgrund der Tatsache, dass er Urheberrechtsverletzungen angeordnet hat. Was solchen Menschen, und da kann man den Vergleich zu Julian Assange sicherlich machen, was solchen Menschen in Amerika droht, das ist sicherlich ein Exempel. Und die absurden Haftstrafen in diesem Zusammenhang sind auf jeden Fall keine gute Aussicht darauf. Also mein persönliches Fazit dazu, die Entwicklung von Kim ist haarsträubend. Der Typ hat seinen Verstand verloren, redet irgendwie verschwörungstheoretisch in alle Ecken und Enden, sitzt auf den Knien vor Elon Musk und ist wirklich ein widerwärtiger Mensch geworden. Vielleicht war er das auch schon immer. Hochmanipulativ bis unter die Stirn. Ihn deswegen und seine Urheberrechtsverletzungen an die USA auszuliefern, wenn man weiß, was die USA mit solchen Leuten tut, I don't know. Würde ich jetzt nicht befürworten, ehrlich gesagt. Trotz der schwierigen Situation um die Personalie. Selber. Das ist meins Standpunkt dazu. Ihr könnt ja euren eigenen Standpunkt dazu haben. Wegen Urheberrechtsverletzungen, I don't know. Die Polizei verwechselt Sozialarbeiter mit RAF-Terrorist. Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, den sie irrtümlich für einen gesuchten RAF-Terroristen hielt. Der Schock sitzt beim Betroffenen noch tief. In einem ICE aus Bonn glaubten Fahrgäste, den gesuchten RAF-Terroristen Burkhard Garvik erkannt zu haben. Gegen 21 Uhr stürmte die Bundespolizei den Zug und nahm den Mann am Bahnhof Spandau fest. Später stellte sich heraus, dass es sich nicht um Garvik, sondern um einen Mann namens Tim handelt. Der 51-Jährige arbeitet als Sozialarbeiter in Reinickendorf. Zitat. Die kamen mit gezogenen Knarren auf mich zu und drückten mich auf den Boden. Erst dachte ich, das wäre ein Streich von Verstehen Sie Spaß, erzählte Tim. Auf die Frage, warum er festgenommen werde, hätten die Polizisten nur geantwortet, das wissen sie doch selbst. Auf der Polizeiwache habe der 51-Jährige große Schwierigkeiten gehabt, den Beamten zu beweisen, dass er nicht der gesuchte RAF-Terrorist Burkhard Garvik sei. Zitat, ich habe Ihnen alle meine Ausweisdokumente gezeigt, sogar meinen Bibliotheksausweis. Der Festgenommene habe die Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Hannover in Polizeigewahrsam verbringen müssen. Das waren unmenschliche Zustände. Alles war eklig und dreckig, erinnert sich Tim. Am Dienstagmorgen gab die Staatsanwaltschaft dann bekannt, dass es sich bei dem Festgenommene nicht um Burkhard Garvik handelt. Tim versucht derzeit, das Erlebte zu verarbeiten. Zitat, ich bin völlig durch den Wind. Psychisch bin ich am Ende, sagt der Sozialarbeiter. Nach seiner Entlassung hat er sich erst mal krankschreiben lassen. Toll. Ich hoffe, er sucht sich einen Anwalt und ich hoffe, er klagt die Scheiße aus den Leuten raus. Das hoffe ich, weil das ist schon ziemlich wild. Sie wissen ja, wieso. Das ist das, was man hören will, wenn mehrere Beamte mit gezogenen Waffen auf dich einstürmen und dich zu Boden ringen, um dir Handschellen anzulegen. Sie wissen ja, wieso das passiert. Digger, das waren die Nachrichten übrigens. Das waren die Nachrichten. Heute ein bisschen länger, aber es gab auch extrem viel und wir hatten langer Artikel dabei. Tschüss. Tschüss.